Servus Guys, euer Sweater is back am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute soll es um einen wohl der nervigsten FIFA Gameplay Trends gehen, durch den bestimmt schon der ein oder andere Controller geflogen ist. Und man muss sagen, es sieht fast so aus, als würden die spannten FIFA WM Tage aus den letzten Jahren so ein bisschen der Vergangenheit angehören. Und durch Ballbesitzspiel bzw. meines Erachtens auch teilweise Zeitspiels ersetzt werden. FIFA-Weltmeister Mo Auber postete auf Twitter folgenden Text. Gratulation an alle Spieler, die sich qualifiziert haben, wird das langweiligste Turnier aller Zeiten. 90% der Spieler kranke Ballbesitzschwitzer. Viel Spaß auch an die Kommentatoren, die es spannend verkaufen sollen. Hier ist ein Beispiel, wie ein Typ sich qualifiziert hat. Auf dem Bild sieht man ja, dass es mittlerweile normal ist, wenn man über 80% Ballbesitz hat, auch teilweise über 90% Ballbesitz hat und den Gegner somit fast kaum zum Schuss kommen lässt. In der Tat könnte ich mir vorstellen, dass es so werden könnte, wie es Mo Auber beschrieben hat. Jedoch denke ich mal, wenn die Spieler live on stage sind, beispielsweise bei den großen Finals, dass die ordentlich ausgefiffen werden. Und denke ich auch, den ein oder anderen Shitstorm kassieren. Das weiß ich natürlich nicht, ob das einige Spieler so krass aushalten. Denn es ist natürlich auch ein starker moralischer Faktor. Ebenfalls möchte EA Sports auch daran etwas verändern. Ich glaube, das wurde für einen der nächsten Patches oder für ein Update angekündigt. Ich weiß jetzt noch nicht, inwiefern das umgesetzt wurde. An dem Tag, an dem ich das Video aufnehme, ist das Ganze noch nicht bekannt, was da noch passieren wird. Man muss auch sagen, dass dadurch natürlich wieder einmal der komplette FIFA-E-Sport in einem schlechten Licht steht, wie es zum Beispiel damals bei Arti Grießmann war, als er da die Leute mit seinen Codes abgezogen hat. Übrigens ist auch er jemand, der diese Ballbesitzstrategie praktiziert. Jedoch sind alle Bilder, die davon gemacht wurden, auf Twitter nicht mehr so wirklich vorhanden, beziehungsweise nicht mehr so zu finden. Das Problem bei der kompletten Sache ist, wenn man dagegen beispielsweise offensiv spielen will. Man muss sagen, in diesen Spielen fallen maximal so drei Schüsse und davon sitzen meistens zwei oder so, weil die dann extrem gut rausgespielt sind. Wenn man versucht, dagegen jetzt offensiv anzugehen, wenn der Gegner diese Taktik spielt, läuft man natürlich Gefahr, dass man durch einen genialen Angriff absolut ausgehebelt wird und man somit eigentlich keinen wirklichen Zugriff auf das Spiel bekommt. Ich persönlich hoffe, dass EA so ein bisschen versucht, das Gameplay technisch zu regeln, denn man kann ja die Spieler, die das Ganze so ausüben, nicht bestrafen, denn sie machen ja insofern nichts Illegales. Es wäre allerdings eine Schande, wenn so eine WM gewonnen wird. Ja Leute, schreibt sehr gerne eure Meinung zu dem kompletten Thema in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, da checkt gerne eins meiner letzten Videos ab. Kostenloses Abo wäre babbo, euer Sweater ist raus. Macht's gut, haut rein und ciao.